Malereibetrieb Wempe Seit 90 Jahren renovieren wir zur Zufriedenheit unserer Kunden mit Kompetenz und Qualität und guten Referenzen im Großraum Rotenburg-Ferden. Wir erneuern Räume mit hochwertigen Maler, Tapezie und Gestaltungstechniken. Und beim Verlegen neuer Böden arbeiten wir mit PVC-Design, Teppich und Laminat. Wir arbeiten mit hochwertiger Qualität und neuen Ideen an Räumen und Fassaden. Und das seit über 90 Jahren. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen mit Wärmedämmsystemen, zertifiziert und durch Schulungen immer auf den neuesten Stand der Technik. Profitieren Sie von unserer fachlichen Kompetenz, um die Energieeffizienz Ihres Hauses deutlich zu verbessern. Malereibetrieb Wempe Ob Malern, Tapezieren, Verlegen neuer Böden oder Dämmen. Beim Erneuern Ihres Hauses stehen wir gern an Ihrer Seite. Lassen Sie sich in unserem Musterstudio umfangreich und fachlich kompetent beraten und informieren Sie sich über unsere Angebote für die Wintermonate. Malereibetrieb Wempe Seit 90 Jahren Ihr Malerfachbetrieb. Seit 90 Jahren amis Corinna Böden VersЬ Nun Böden Bis therapist